Wenn sie aber richtig sind, sie haben die sogar einfach bei mir was vor meinem Haus weggebaut. Das sehe ich aber von hier ganz schlecht, also muss ich Plan D machen. Wozu gibt es denn die Almacht der Map? Ja, die haben da vor meiner Bude was weggesprengt. Ja? Ja. Weiß ich nicht. Ich gehe jetzt mal braun. Ne, 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 ganz sicher, das sehe ich hier auf der Minimap. Da war ein kompletter Weg plus eine Wand. Ja, komm Alex, ich lege mal bei mir alles in die Kiste rein und gucke mal nach, okay? Ich kann das auch machen, Alter. Ja, ich mache schon. Ne, ne, ich mache das jetzt auch, weil mein Haus, da habe ich offiziell keinen Spaß mit. Und ich bin eh fast tot, also somit habe ich das recht dazu. Ja, das ist mir jetzt egal. Adventure Map-Style. Upsa. Dass ich immer an die falsche Seite erstmal drangehe. Ne, gar nicht irgendwie was kaputt gemacht. Ich sag's doch. Ja. Also bei Nils Haus bei mir. Ja, die brennen Nils Haus ab. Genau. Ernsthaft? Ich guck grad mal bei dir vor der Wohnung. Ja, bei dir wird gesprengt. Bei dir ist ein Teil vom Haus gesprengt. Ja, das hab ich schon gesehen auf der Minimap. Nur jetzt haben sie offiziell verpackt. Ähm, wenn wir jetzt hoch wollen, müssen wir sterben. Gucken wir mal bei dir drinnen. Ja, die haben in deinem Haus einfach was kaputt gemacht. Nicht viel? Ja, die haben einfach einen TNT geplant. Ein bisschen? Moment, Hartkubikastart, wie sieht's denn hier aus? Aaaaaah. Ah, cool, ihr habt mich getötet, wunderbar. Also das ist definitiv das Obst der Renovierung von denen. So, dann geh ich jetzt mal abfackeln. Das ist sowas von Renovierung für die, okay? Die wollen's nicht anders, also bitte renoviert mein Haus. Willst du gehen, oder? Wer? Ja, bei den Abbrennen. Nur mir scheißegal, ich hab eh nix. Ja, ich würd da drüber gehen und einmal abfackeln, wa? Ja, das machst du, ich halte ihn dazu. Ja. Ja, jetzt kommt der schon wieder mit TNT daher, ne? Dürfen die alles neu erfahren, ganz ehrlich? Ähm. Alex, wollen wir die mal slayen, oder? Ja, 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 ich hab's TNT sogar perfekt gesehen. Ja, komm. Also mein Haus dürfen die komplett neu aufbauen, offiziell. Gibt mir's Feuerzeug, jetzt. Haben sie nochmal was gesprengt, oder wie? Ja, die haben's TNT in der Ankunft und verspreischt, sprengen die jetzt mein halbes Haus in die Luft. Da versteht's keinen Spaß mehr. Gib TNT, gib Feuerzeug, du hältst dir. Nee, nee, nee. Achso, meinst du bei denen zu Hause? Ja. Nee, ich würd sagen, wir gucken jetzt nochmal ne Runde, was abgeht. Und, äh, wenn die wirklich noch was kaputt machen. Oder wir beenden offiziell die Season mit einem fetten Knall. Nee, die Season wird nicht beenden. Ich hab jetzt die Scheiße nicht gebaut, damit's hier so ein Trichter wird. Season 3.0. In der kaputten Welt. Apokalypse-Stil. Style. Wo möchtest du runterhüften? Nee, nee, da nicht. Ich spring jetzt wieder meinen geilen Spot runter. Oh, mein Handy beenden, warte mal. Da ist mein Handy. So. Uh, von hier ist es gut rein zu hüpfen. Moment. Ah, hab Tibiros gar geschrieben. So, du bist ein Bongo. Passt's. Ja, ganz knapp. War ganz knapp. Überlebe ich, gut. Wieso ist das jetzt so verka... Mega dunkel, ey. Weil's Nacht ist. Boah, ey. Nee, also das geht gar nicht, weißt du... A, entweder ich bin morgen krank oder B, ich bin morgen krank. Hm, dann würde ich schätzen, dass du morgen krank bist. Nee, bin ich nicht. Ich bin morgen totkrank. Ja gut, wir nehmen uns vor für nächste Season einfach mal kurz mit dem Feuerzeug rüber zu laufen. Wieso nicht jetzt noch? Weil wir jetzt nur noch 5 Minuten sind. Mir doch scheißegal, ich zieh's jetzt noch durch. Ja, wenn du willst. Wir machen das jetzt noch. Ja, ich will lieber safe sein, dass hier bei der Insel nix passiert. Sind die... Wo sind die? Oben können sie nicht sein. Ja, ja. Weil das hier... ...ist offensichtliches Übergriefing. Ich will nicht wissen, wie viel bei denen kaputt gegangen ist. Im Vergleich zu bei mir. Weil, hallo, Quarz... Lass mich kurz killen. Oh, komm. So. Oh, was wollen die jetzt schon wieder? Mann, ist es arschschwer, von selbst durch Fallschaden zu sterben. Ja, du musst auf der einen Seite runterspringen. Ich bief grad ins Gelett tot. So. Ja, und gegenseitig... Also, wie genau. Jetzt kommen die zu uns und machen hier alles kaputt. Genau. Leck mich am Arsch. Gut. Alex? Ja? Hast du ein Feuerzeug? Machen wir es noch jetzt, oder? Ja, wir machen es noch jetzt. Komm. Den Spaß geben wir uns. Das Blöde ist halt, weißt du, wir sind nicht sicher, ob wir jetzt halt beide jetzt irgendwie hier sind. Ob die Insel halt sicher ist. Hast du noch zwei Unsichtbarkeits-Tränke? Ne, ich hab leider gar keine mehr. Das ist doof. Komm, ich geh schnell brauen. Lass nur einer hingehen, weißt du? Nur einer, dann... Einer mit dem Feuerzeug, einer mit dem TNT. Ne, ne. Ja, nix mit TNT. Ich brauche jetzt schnell was. Zusammen hier. Ähm. Und einer geht rüber und bracht's kaputt. Äh, was heißt, brennen wir nicht nieder. Willst du oder soll ich? Ich mach Kubis und... Und... Naja, eigentlich müssen alle... Ne, Kalles Haus nicht, der war offline. Das wär aus als Deutsch. Der hat aber uns vorher gekillt, wie ein blöder. Ja, aber er ist offline. Dann macht's weniger Spaß. Ne, also... Ne, offline... Jemanden... Jemanden, der offline ist zu grieven, das akzeptier ich nicht. Da steh ich nicht dahinter. Offline ist blöde, aber alles andere ist okay. Ja, ne. Also, was heißt... Ich find grieven ja sowieso, weißt du, Minecraft ist ja eh egal. Weißt du, Minecraft ist, äh... Da ist grieven ja sowieso allgemein möglich. Wieso sollte man das dann nicht auch machen? Weißt du, was wir machen sollten? Na, man muss halt zu seinem Zeug stehen. Okay, wir geben es zu. Wir haben euch die Dias geklaut, aber das andere waren wir nicht. Und ganz ehrlich, wenn ihr eure Dias wiederhaben wollt, geht mal da hin. Dann machen wir so ein Feld rundum mit Pressure Plates, die dann einfach die Druckplatte aktivieren. Wodurch es den Piston runterfährt und dies alles in die Lava kickt. Dauert zu lang, das zu bauen. Wieso? Komm, ähm, lass sagen, scheiß drauf, scheiß auf das Zeug von dir. Jetzt, äh, also die, die, die Ding, die bauen wir halt irgendwann mal nach, okay? Was'n? Ähm, der, dein, der Teil von deinem Haus. Das ist sauviel Quarz gewesen. Ja gut, da können wir jetzt halt nicht, äh, nicht wirklich was machen. Ja gut, ich hab eh noch ein bisschen Quarz übrig, äh, äh, und zwar insgesamt bei Stacks, ja. Die sind jetzt halt, die sind jetzt halt Pist, weißt du, da können wir halt auch nichts fordern, ne? Das Problem ist auch, nee, das weitere Problem ist auch, äh, äh, die Netherrack. Die Netherrack-Dinger, die muss ich neu farmen, alle. Weißt du, wir machen es einfach so, weißt du, wenn, wenn die, ähm, wenn, ähm, wenn wir fertig sind mit dem, mit dem Inselgrundriss da erstmal diese komische, diese, diese, diese Kuhle dazu machen, dann helfe ich dir, dein, dein Häuschen wieder aufzubauen. Oh, lol, lag. Ähm, dann helfe ich dir, dein Haus wieder aufzubauen, und, ähm, hast du nirgendwo irgendwas mit Netherrack? Dann müssen wir nicht auch Netherrack farmen, das wird so das Problem sein. Ja, nee, wir machen, können wir schon zu weit machen, weißt du, ich, ich krieg, äh, Netherrack, ich hab noch eine Effizienz 4 Spitzhacke, wenn du willst, ne? Ich hab auch noch eine Effizienz irgendwas Spitzhacke, die, Mörs hat das so schnell... So was geht ja easy, wenn nicht gehst du in die Festung, brauchst halt eine Spitzhacke. Effizienz 4, Alter! Die Mörs hat einfach instant alles weg. Ja, ja, eben. Und ich hab noch die Glück, drei Effizienz 5 Spitzhacke, wenn's sein müsste. Da ist sowieso noch das Problem, ähm... Ich hab da drin noch Quarz in der Stelle, die ich so abfahren will. In der Quarzstelle? Ja. Mit richtig viel, aber da war dann plötzlich Lava. Hatte ich keinen Bock mehr weiterzufarmen. Zucker. Ich bin dafür, dass mal wieder die Player alle angezeigt werden, auch Blacky und Tiberius, ganz ehrlich. Ja, das will ich auf jeden Fall auch, also... Alle. Entweder alle, oder... Kubi, Kalle und... Can. Wieso grad die drei? Weil das die schlimmsten Rabauken sind. Was ich noch schlimmer finde, wie alt ist Kubi? Weiß ich nicht, aber... Also jetzt grad nicht, aber das ist doch egal. Nee, nee, nee. In Minecraft ist jeder 5, okay? In Minecraft ist jeder 5, außer mir. Ich bin dann so ein alter Grumpy-Opa. Nee, in Minecraft ist jeder 5 Jahre alt. Außer mir, ich bin ein alter Grumpy-Opa. Da sind alle pisst, wenn irgendwas am Arsch geht. Ah, wo ist denn das? Hier. Ich sag's nochmal, ich bin ein Grumpy-Opa. Wenn mir die das Spinnenauge reinkleben... Oh, Pilz hab ich nicht zu viel. Einen Scheiß, Alter. Ich hab's in der Aufnahme, dass die da drin... Dass die bei uns da war und abgefackelt haben. Ja, und ich hab's so oft genug gesehen. Ich hab Kubi gesehen, wie er mit Feuerzeug und TNT rumläuft. Also... Mehr braucht's wohl nicht. Und danach geht's halt noch kaputt, ne? Oh, ja. Ach, Scheiße. Ich hab auswesend einen Trank der Schwäche gemacht. Was? Ich hab auswesend einen Trank der Schwäche gemacht. Ah, egal. Oh, Mann. Ja, komm. Mach Splash-Pause nicht. Dann mach ich... Dann mach ich einen, äh... einen Werfwagen Trank der Schwäche 2. Mach das. Dann machen wir nächste Runde fett Mega Beef. Mit Werfwagen Tränken, Gift Tränken, Schwäche Tränken... Ja, wir könnten halt jetzt einfach... Schadens... Instant Schadens! Mach Instant Schadens Tränke! Ich weiß nicht mehr mal genau, wie man die macht. Dann müsstest du mir gucken. Moment. Ich kann nachgucken. Ich muss sagen, wir sind echt gut. Was Zeitmanagement angeht. Also, wir brauchen Potions. Lush Potions of Insta-Damage. Ähm, Harming ist das, oder? Äh, ich glaub, ja. Potion of Harming. Oder? Ah, ich brauch, äh... Glas. Harming 2. Wir brauchen für Harming... Wahrscheinlich... Gunpowder! Ne, wir brauchen was anderes. Leute. Ohne Witz, hau ab, wir sind noch im Aufbruch. Ja, äh, genau, das wollen wir euch auch fragen. Was denn? Ja, warum, warum, äh, kommt ihr einfach her und fackelt hier einfach alles ab? Was heißt alles? Bei Nils haben wir einfach ab... Ja, weil ihr bei uns auch geprüft habt. Wir haben gar nichts bei euch gemacht. Ja, und ob ihr das gemacht habt. Erstens fehlen uns die, das wie ich auch geschrieben hab. Ja, und Alex... Ihr habt Alex geklaut, weil Alex die ganzen letzten Folgen einfach nur bei uns gegammelt hat und auch im Lager war, das wissen wir. Das hat er selbst gesagt. Was aber eigentlich voll chillig war und eigentlich voll in Ordnung war. Und dann beklaut er uns auf einmal. Ich hab ja auch nichts gemacht bei euch. Ich hab nichts mitgehen lassen, Alter. Alex hat nichts mitgehen lassen. Ich hab nur so aus Gag wie ein Feuerzeug gebastelt. Und das ist nur auch aus Gag. Dann zweitens ist unser Feldcreave. Das liegt einfach auf dem Weg von uns zu euch. Kann man also ziemlich leicht auf dem Weg einfach mal so anmachen, ne? Locker, easy. Ja, das könnte niemand anderes machen, genau. Ja, wenn es Tiberius wäre, warum sollte er sich die Mühe machen? Ein Hebel, den man unbedingt muss. Beziehungsweise, warum sollte er da extra noch hingehen und damit riskieren, gesehen zu werden, nur um das Feld anzumachen? Ja, keine Ahnung. Ja, weist aber halt auch deutlich so mit auf euch. Ne, wieso das denn? Das könnte ohne Probleme hier gerissen. Weißt du, die 50 Blöcke oder wie weit es da entfernt ist, kann man ohne Probleme rüberlaufen. Ich bin schon sau oft zu Tiberius gegangen, ohne bei euch vorbeizugehen. Also klar, ich kann das auch locker schaffen, ohne bei euch vorbeizugehen zu uns zu kommen. Ja, aber warum sollte er das, warum, erklär mir, warum sollte er das tun? Warum? Ja, Tiberius ist sein Pferd schon weg. Vor allen Dingen das Pferd, wenn er mich abfacken würde, dann hätte er das Pferd angemacht, wenn ich es neu bepflanzt hätte. Aber das hat mir sozusagen nur was gebracht. Du bepflanzt Pferde? Felder. Ich habe mich vielleicht versprochen gerade, tut mir leid. Ja, hast du. Dann kommt doch jetzt wenigstens einfach her und kämpft wie... Warum sollen wir kämpfen, Alter? Wir waren die ganze Zeit am Inselbauen hier. Ja, ihr seid bei uns das verpflegte Lager weggesprengt. Wir werden immer noch daran gehindert, Insel zu bauen hier. Als ob Tiberius, ganz ehrlich, als ob Tiberius TNT hätte. Als ob die überhaupt zu weit sind. Alter, die hatten am Anfang einen Monster, Alter. Ja, am Anfang. Die haben selbst gesagt, sie hätten alles weggebracht und das glaube ich sogar. Ihr hattet, was ich TNT. Peppy ist zu uns gekommen mit Meere, also mit Fastenstack TNT. Das hat sich Peppy höchst selbst gemacht. Ich habe meinen TNT noch für keinen einzigen Zweck benutzt. Ich ebenfalls. Außerdem, warum sollte Tiberius jetzt bei uns einfach Saga wegspringen? Wir haben euch zwar in den letzten Folgen abgepackt. Der hat doch schon mal eure Brücke aus Spaß weggemacht. Ja, aber er hat jetzt was mega fettes gebaut. Und er weiß genau, dass wir da nicht lange frackeln würden. Und dann ist es weg. Und ich glaube nicht, dass der das riskieren will. Ja, glaube ich auch. Ich sollte ja da nicht lange frackeln. Ich meine, wie... Ah, Mann. Hört ihr mich noch? Wunderbar, ich bin weg. Und heute... Und heute... Vielen Dank.